Wir sind die TGW-Leitmannschaft des MTV-Frichter Winsenaller. Wir sind aus dem hohen Norden hergereicht, um euch heute ein L-Mann-Lied zu kredenzen. Und das handelt von Lebenslust und Männerfreundschaft. Viel Spaß. Oh, schön. Endlich mal ein schwules Lied. Toll. Schwule Lied. Ha, 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 ha. Weile an dieser Quelle, die unser Frühstück ist zur Stelle. Rottwein und Pimpinelle und Bäcker-Sinchen zart und fein. Klang, was für Flaschen sollen aus diesem Korb dem Übervollen. Wir den das Aßen rollen und schmecke, welch ein Duft so fein. Dein Mittagswein schäumt aus dem Krug so hell im Frühlingsschein. Weile an dieser Quelle, lausch auf des Waldhornston im Frein. Pa, 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 des Waldhornston im Frein. So tollen wir uns ganz prom und sacht von Weingelag und Freuden schmaus. Wenn uns der Tod ruft, gute Nacht, ein Stundengas rennt aus. Wer heut noch frech den Schnabel wetzt und glaubt, ein großer Herr zu sein. Pass auf, der Schreiner hobelt jetzt schon grad an deinem Schrein. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Bott, so nimm noch einen Schluck. Und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Bott, so nimm noch einen Schluck. Und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Wer nach des anderen Liebes verschielt und fühlt sich noch als Nobelmann. Pass auf, dem Spielmann, der gespielt, springst du ins Grab voran. Ob Niederspark, ob hoher Herr, am Ende sind wir Brüder doch. Dann leuchtet uns der Abendstern ins gleiche, finstre Loch. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Bott, so nimm noch einen Schluck. Und noch einen, gleich dabei, gleich noch zwei oder drei, dann stirbst du sorgenfrei. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller Bott, so nimm noch einen Schluck. Und noch einen, gleich dabei, gleich noch zwei oder drei, dann stirbst du sorgenfrei. Applaus Ja, wir haben ja schon den Sieger, wie schaut's aus? Geht's hier dahin? Ja, ja. Aber, aber wenn ihr dann noch singen wollt, müsst ihr jetzt nicht auf die Folge haben. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein Problem mit der Geschichte, ne? Wenn wir jetzt nicht vorziehen, die Schule sind. Nein, wenn wir natürlich gefragt werden, ähm, wer ist das hier? Wir können das auch. Ja. Ja. Also, wir können in den Vorwärtschersporigen realisieren. Ja. Aber wir können das ja nicht vorstecken, aber wir entscheiden tun wir's nicht. Wir geben das auch, oder? Ja. Wir brauchen die ganze Zeit, um den Abstand zu verlassen. Aber das ist auch nicht. Wir sind ja nicht. Wir freuen euch nicht. Nein. Kein Problem. Also, wir hätten damit kein Problem, oder? Finde ich gut. Ein gutes Zeichen. Na komm, wir werden mal aushalten. Stimmt. Wir haben den Rufnummer gestern abgegeben, ne? Wir haben es ohnehin. Ja, wir haben es ohnehin. Ja, wir haben es ohnehin. Oh, das war gut, total. Moment. So, jetzt sollen sie ja gehen wie saßen. Olli! Was nicht heißt, dass wir ganz schüchtern, aber nicht schüchtern? Es ist ein, äh ... ... aber jetzt sind wir schon, dass wir in der Hand abhängigen. Geht essen? Ja, ich sag. Ja, wir sind die Hatschen zu lassen. Geht mal auf. Geht mal auf. Jetzt werden wir raus. Boah! Ha! Hahaha! Vielen Dank. Wer von euch kann denn mal anschauen? Nach der Punkteverhandlung ist alles verhandelbar. Das wäre jetzt was, um dann einmal zu demonstrieren, ob das schön oder nicht. Man muss nachher zum Tod überkommen. Aber das zaubert doch wenigstens eine zarte, rückliche Färbung auf die Wangen der Jungen da. Und ja. Ja, glücklich war es. Na, dass ich weiß, dass ihr ordentliche, respektvolle junge Männer seid. Aber jetzt geht es mir jetzt mehr um den Moment des Teillebens als den Moment des Lebens. Also die Endgültigkeit für Flüchtlinge sind 8,8 Punkte. Applaus 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 Applaus